Die EM ist quasi schon aufgearbeitet, ist gar nicht mehr so groß im Kopf oder wird darüber noch gesprochen? Die EM wurde aufgearbeitet, ja. Und da kann man natürlich dann schon auch das eine oder andere sehen, wo wir noch dran arbeiten müssen. Sei es zum Beispiel jetzt im Spielaufbau, wo wir einfach vielleicht noch ein bisschen mutiger, entschlossener sein können, dann auch mal in einen Raum reinzuspielen, der vielleicht auf dem Platz ein wenig klein erscheint, aber dann doch wesentlich größer ist. Was wir dann auch zum Beispiel per Analyse dann auch mal aufgezeigt bekommen, damit die Spielerinnen natürlich auch ein Bild dafür bekommen, kreieren können. Und für sich auch diesen Mut dann auch entwickeln können, zu sagen, hey, ich kann da wirklich rein spielen. Und das brauchen wir natürlich Richtung Weltmeisterschaft unter anderem auch mutig zu sein. Und deswegen sind wir da, wirklich auf einem sehr guten Weg.